Hey Leute, wie geht es euch für ein neues Video von mir? Gestern kam Chaipeepa Mobile Video Ich hätte das Video ausgenommen und dann lasse ich halt wieder zu sein und dann lasse ich das schon nachsteigen Räsen, alle Räsen, alle Räsen, alle Räsen, alle Räsen! Daher, alle Räsen, alle Räsen, alle Räsen, alle Räsen, alle Räsen Azi, azi Kein Wintel Ein Wintel Ein Wintel Ein Wintel Dann muss ich den passen. Ja, die Blaschie-Porkie. Schau, und heute das 2-1 gemacht. Heute das 2-1 gemacht. Und dann muss ich... Ich habe die Blaschie-Porkie. Ich habe die Blaschie-Porkie. Ja. Ach, schau. Finde ich. Ich hätte eine Schälfte. Ich glaube, ich habe die Blaschie-Porkie nicht gemütet. Rabia, ansonsten. Sonsten. Finde ich. Finde ich. 2-1. Go, go. Finde ich. Und das mit dem Ergebnis. Einfach nur noch. Los, Freistoß. Rot für Laporte. Alles klar. 20 Meter in Rillich. Rillich. Rillich ist aber ein guter Freistoß da. Was ich da kenne von Rillich. 2-1 gewonnen. War aber schon mal gut. 1-2. 1-2. 2-2. 3-2. 2-3. 4-3. 5-4. 5-4. 5-4. 5-5. Okay, after flasher. Yeah. Das ist so einfach. Oh! Oh Ja, das lässt du ja dich jetzt ändern. Ja, das lässt du ja dich jetzt ändern. Ne? 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 Ja! Ne? Ne? Ich habe hier noch einen Ballen geblieben. Ich habe hier noch einen Ballen geblieben. Bofu! Ja, ich brauche sie zu mir.